Seid vorsichtig! Reißen Sie sich hier vor eine Spende von 75% noch heute, um Ihre Unterstützung für Paganin zu beweisen. Oder melden Sie sich bei der Royal Army und machen Sie Ihre Familie stolz. Möge Paganin sich hier alle ansteuern. Sie hören alle an! Er ist später in der Royal Army und hab einen Moment für die öffentliche Arbeit und soziale Harmonie. Versandlungen, wenn Sie zu jeder Seite kommen, sofern Sie den Richtlinien entsprechen, wie Paganin Sie persönlich aufgesetzt werden, hat. Diese Richtlinien dienen Ihrem eigenen Wohlbefinden und ermöglichen uns ein sicheres und harmonisches Leben. Verstöße gegen diese Richtlinien sind disziplinarische Maßnahmen nachreißen. Lüge Paganin sich in den alle erleuchten. Nein, nein, nein. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und Soziale Harmonie. König Pagazin weiß tödlich darauf hin, dass in Küran Meinungsfreiheit herrscht. Die Bürger können ihre Meinung auf ordentliche und respektvolle Weise ohne vorherige Reservierung bei jeder Einrichtung der Royal Army zum Ausdruck bringen. Kommen Sie und teilen Sie Ihre Gedanken noch heute. Denken Sie, dass saubere Wäsche, falls ein Aufenthalt über Nacht nötig sein sollte. Möge Pagazin nicht schlicht, wie alle erdeutschen. Möge Pagazin nicht schlicht, wie alle erdeutschen. Beteilung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Wussten Sie, dass die Verbrechungsrate in Kyrat gerade nur ein Jahr nach Pagans ins Ankunft und 99% gesunken ist? Machen Sie Kyrat für seine Bewohner sicherer und stellen Sie Pagans in den Rücken. Treten Sie der Royal Army bei und machen Sie Ihre Familie im Stolz. Möge Pagans Lichtlili alle erneutlichen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Möge Pagans Lichtlili alle erneutliche Spreche Möge Pagann Möge Pagans ed Surely Mir如果 größer, wird sich unterschzwungen in einem K весchenkuhl. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und wer bist du? AJ Gale? Ein Moment. AJ, genau, ich weiß, wer du bist. Ich bin Gopal vom Goldenen Pfad. Wir brauchen deine Hilfe. Meine Einheit erledigt Nachschubübergaben für den Pfad. Aber wir sind unterbesetzt. Die Royal Army versorgt ihre Truppen in meiner Gegend. Ich schicke jetzt die Koordinaten der Abwurfzonen. Schnapp dir die Pakete, bevor die Royal Army sie sichert. Was ist in den Paketen? Ich weiß nicht, ich bin nur der Bote. Okay, ich hol mir das Zeug. Ich weiß nicht, ich bin nur der Bote. Ich weiß nicht, ich bin nur der Bote. Ich hab das erste Paket. Prima. Dann auf zum Letzten. Viel Glück. Ein Adler. 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 Ad Adler. Ein 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 Adler. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.